Hallo, ich bin's wieder, euer Aaron und die Frage ist immer, wie könnt ihr euren Weber Grill am besten schützen? Meine Empfehlung mit der Weber Abdeckhaube. Die Abdeckhaube ist wasserabweisend, schmutzabweisend und atmungsaktiv. Somit schützt sie vor Blütenstoff und Regen. Durch die äußeren Kletterschlussriemen könnt ihr ihn sogar vor Wind sichern. Somit kann der Grill das ganze Jahr draußen stehen bleiben. Und mehr Grilltipps bekommt ihr auf Weber.com. Bis dahin, euer Aaron.